Wir haben ganz viel Kritik und Rückmeldung gekriegt auf unsere Note, die wir dir gegeben haben. Also ich in dem Fall 3,5 haben wir dir gegeben. Du warst das? Ja, ich war das. Ich habe nochmal geluschert bei den Kollegen. Die haben auch einen Tacken besser waren, die haben dich gesehen, also auf einer 3. Wir haben unglaublich viel Rückmeldung bekommen. Positiv, aber auch einige, die gesagt haben, nee, war genau richtig. Wie siehst du das und wie gehst du mit Noten eigentlich um? Mittlerweile gucke ich mir eure Noten nicht mehr an, muss ich ehrlich sagen, weil, wie gesagt, ich glaube, da haben wir eh persönlich schon mal drüber gesprochen. Einmal ist es so, einmal so. Die Note ist mir jetzt im Endeffekt komplett egal. Ich denke auch, ich war ein Dick besser. Ich weiß, dass ich in dem Spiel vielleicht ein paar Ballverluste mehr hatte als die letzten Spiele oder die zwei Spiele davor. Aber wie gesagt, beide Tore habe ich eingeleitet mit dem vorletzten Pass wieder. Ich bin selbst zum Abschluss gekommen, hätte vielleicht ein, zwei Möglichkeiten gehabt, einen Assist zu machen. Also ich finde meine Leitung war ordentlich und wenn ich sie jetzt benoten würde, wäre es auf jeden Fall keine 3,5. Das ist das, was wir tun haben, zwei Millionen Bauchstäte. Ich bin lieber zwei石 und Tasch, die haben sie schon mal nennen.